Herzlich Willkommen zurück zu Guardians of the Galaxy mit Aresu. Ich bin Aresu und wir gehen weiter durch die tiefe, tiefe, dunkle Gruselhöhle hier. Denken und reden nicht mehr von und über Feinde und so. An und über Feinde. Okay. Na, vielleicht haben wir hier noch mehr Wasserprobleme demnächst. Absolut nicht. Okay, so können wir den Boden hier wenigstens besser sehen. Ich war mir nämlich nicht ganz sicher, ob man dort noch eine Plattform hatte, auf die man runterhopsen konnte. Immer auch nach Kostüm gucken, ne? Sehr schön. Nicht gut. Also Gamora hat ein klein bisschen weniger Raum dort, mit dem sie arbeiten kann. Just like that! In one possible timeline, we all get smooshed. Great! Okay. Rocket. As if. Not good. Stretch up, buddy. I am trooper. Hmhm. How do you know we're getting closer? Let me guess. Further down? Only if you wanna save Drax. And the whole galaxy. Let me get back to you. Okay, sie geht da lang. Ich gehe mal kurz hier lang. Moment, noch schnell nachgucken. Uh oh. You hear that? No, what is it? Rust in water. Lots of it. Oh, and the odds of you drowning are getting higher and higher. Jetzt sag das doch nicht. Wie kommst du denn darauf? Okay, da haben wir ein bisschen Wasser, da haben wir ein neues Gesicht. Nicht? I don't remember this part. Okay, okay. Look, guys. I appreciate what you all did for me back there with the water thing. But following the bug lady any deeper is officially stupid. Rockets. No. Fog monsters. Cave pigs. Wet waterfalls. Technically all waterfalls. No. No. No, Quill. She doesn't know where we are. She doesn't know where we're going. She doesn't know what we're looking for. Mantis, are we hot or cold? Room temperature. Okay, okay. This is crazy. Key is probably crazy. It's not about her. It's about us. I am super proud of us. Because we have never gone this far for anything before. Oh. This is the one where you inspire them. Just think about who we were when we started. Uh. Well, you were a two-bit broke pirate who couldn't even outrun a tree. Exactly. And you were a two-bit bounty hunter. Just as broke as me. Just as depraved, self-centered, mindlessly chasing every human bark, contract, bank throb. I still like many of those things. So do I. But none of those things are why we're here now. Right? You're down here, kicking ass for Drax. Not Drax who's destroyer. Not Drax who's rampaging criminal. Drax, man. Our friend. Hey, Gamora. You've gone to the ends of the galaxy to hunt people, to hurt people. To get revenge in what I can only assume are some excruciatingly painful ways. But doesn't this feel kind of good? Going this far to help someone you care about? Oh, it feels so good. Yeah, Groot. He says you don't have to. No, no, I do. Because we all need to learn something from you, man. You never complain. Or if you do, I don't catch it. But I'm pretty sure you probably definitely don't. You're always there for us. And that's what this is about. Us. Growing together as a team. Following a crazy lady into a death cave. Because one of us needs help. Because we are a team. Help, we're a family. We're the fucking guardians of the galaxy. Yay! Really great speech, Will. Why didn't anyone stop me? Haha. Haha. Okay, die haben wir jetzt ziemlich schnell besiegt. Haha. 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 Okay, das sind sehr schwache Versionen von uns. Okay, Rocket, du könntest dort einen Weg freimachen. Au. Ha. Du wechselst. Keine. Keine Bedrohung. Das hat noch nicht ganz so viel gebracht. Oh ja, kein Problem. Okay, doch ein Problem. Ich kann das nicht einfach lösen. Sorry, Gamora. Oh ja, kein Problem. Okay, doch ein Problem. Ich versucht euch nicht anders. Ich versuchze mich an. Ich versuchze mich an. Hause rights zu. Wie macht ihr hart? Bis zum nächsten Mal. Stopp. Ich versuchze mich an. Ja, kein Problem. Ich versuchze mich an. Ich versuchze mich an. Ich versuchze mich an. Und was. Ja. Ich versuchze mich an. Es ist nicht deine Schuld, aber du bist die Person, die sich drum kümmern kann, also los. Was meinst du, du weißt es nicht? Rockett? Rockett? Sehr gut! Kurz ein Moment. Oh, das sind einige Fähigkeitspunkte, wie ich gerade bekommen habe. Okay, gut, du hast schon alles, was du haben kannst. Okay, du hast schon alles, was du haben kannst. Die Taumelwelle und Auge des Hurricanes. Ich würde sagen, wir machen die Taumelwelle erst einmal. Gut, und ja, jetzt sind hier noch zwei Dinge übrig, die wir haben. Einmal die Leuchtschmerzgranate und einmal das Auge des Hurricanes. Oh, ja, das ist der Ort. Ich war ziemlich sicher, dass wir es irgendwo hier finden finden. Jetzt wissen wir, was wir suchen? Something sad und selten, licking, lingering wounds. Wenn es hier ist. Sie wird uns wirklich etwas Schmerzgeräusches hier. Ich weiß es. Wir müssen uns ein Kampf machen. Wahrscheinlich. Sie sind sehr gut bei der ganzen De-Escalation-Fähig. Mantis hat gerade gesagt. Sehr beruhig. Sehr beruhig. Also nicht mal zu sich selbst ist sie sicher. Was? Kein Problem. Wir haben das alles unter Kontrolle. Hier kann ich nichts scannen. Aber wüsste ich ganz gerne, was diese seiheartigen Dinger da sind. Die Stolzwege, die Stolzwege der Kürze. Die Grunde der Kraft des Rekers. Sie ist eine Kacoon? Halt euch, sie wird uns ein giganter Böden begeben. Oder vielleicht ist sie der Böden. Und das ist ein bisschen ein externe Digestionssack. Oder was? Okay. Kein Problem. Wir gehen mit. Konsequenz heißt, noch Holzwege zu Ende zu gehen, ne? Also lassen wir uns vom Mantis aufessen. Ob ich da hinten hin käme? Nein. Oder? Nein. Okay. Oder? Nein. Okay. So, okay. Bereit, Leute? Oh, gross. Please tell me, Drax is the only one who's got to go in that creepy egg sack. So, the shepherds found fresh flock. Oh, yeah, then. Ow. 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 You know not the gravity of your treacherous trespass. You cannot quell a god. Prepare for oblivion, interloper. Oh, what's this one? Oh, Adam is schuld. Guys, it's him. Aaron Witchcraft. Fast. Wait, Aiden Warsauk. Ashley Warsauk? Adam Warlock? What's it? The golden god guy. Hold on. This guy's, Raker's old divine whatever. Looks pretty good for a dead guy. Were you not sent by the sanctimonious shepherd? Us? With Raker? Not a chance. We're trying to shut his ass down. See? Friends. Okay, big guy. And we go. Come on. All the ones where we die already happened. Raker's got half the galaxy going cuckoo bananas. Her friend included. Swapped your ass for a newer, younger, blue skin model. So, can you help us? Mantis seems to think he can cure Drax. My heavenly healing is veiled malignance. A first folly I swore never to repeat. Can someone translate this guy? He said no. The protection I can proffer is to remain reclusive. Not this time, Goldie. The pieces need to go back together. We just got to get you all closer to the puzzle. And that would be... And here of course. Oh wait, let's talk about... What the... But... It's like the beginning of Space Odyssey. Capitalef, Geistrüberkörper. Welcome to the Astral Plains, Snorlord. You teleported us? No. Oh, no. You're still comfy cozy with me. I just merged your minds. Merged our what? I gave no consent to this, Plainscaper. She's not big on asking permission. It's all pretty sure this and fate of the galaxy that. Don't you get huffy, Godguy? Your gold hands are all over this mess. What's that supposed to mean? I thought this guy was how we cure Drax. Cure and cause can coalesce. Gleich sind wir da beim Drax, ne? Sind das seine Augenbrauen? Ich glaub schon, ne? Ja, man kann die Wimpern erkennen jetzt. Is that Drax? Hi, Groot. So we're going into Drax's head. Literally. Greenmeanie is in there somewhere. Find him and convince him to come back to reality. Mantis, please tell me, we're surprised. We're supposed to be going into the bright light. Pretty sure. You need to reach the heart of Drax's promise. Much deeper than I've ever seen. Wait, if you've never seen it, does that mean it never happens? Hope not. Just keep going. And if we lose contact, listen to Amy Winsock. She means you. Quite clearly. Good. So, ich nehme an, das hier ist Katars. Okay, dann schauen wir mal. Ich nehme an, wir fähren hier. Okay, wir sehen ihn als Arbeiter. Okay. Okay. I'm not the only one that hears that, right? What is that? Whoa! Drax! We gotta run her! After him's my life! I don't know this point! Drax! Okay, ich meine, wir haben einen Gott bei uns, aber... Na gut. Drax! A leader does not linger. I don't see you jumping, nor does he deflect. Okay, los geht's. Mega-Fähigkeit freigeschaltet. Fünf-Läufe-Beschuss. Dass er seine... Da er seine... Ah. Dass er seine traumatische Angst vor Wasser überwunden hat, um seine Freunde zu retten, hat Rocket befreit. Er zeigt jetzt mit Freunden sein gesamtes... Er zeigt jetzt mit Freuden sein gesamtes Arsenal und bombardiert Gegner mit Kugeln, Raketen und diversen Projektieren. Das Ergebnis ist massiver Schaden im Zielbereich. Okay. I hope the rest of you are as ready for this as I am. I'm on it! Próbieren wir jetzt doch mal aus. Whoa, Gott! Better than therapy! Maybe still consider therapy! Okay. He ain't real, remember? Go nuts! I'm in it. What's with that helmet? Maybe he always wanted horse! Have fun beating up your dad, Gamora! Easy Rocket! Aber sie hat gesagt, dass ihr das Spaß machen wird, ne? Not so tough after all. Something's not right. You failed to fathom the rules of this realm. Okay, ich hab jetzt mal kurz Starlots-Ultifu-Ultifu-Ultifu benutzt hier. You failed to fathom! I'm through! Oh, use the Golding! Don't suppose you wanna lend a hand? Don't you fight a vessel! He can't inform. It is a futile forage. He said no! Yeah! I got that one, thanks! At this rate, we're gonna be outnumbered! It's like he can't be killed! Ja, ich meine, Drax hat damit ein paar Probleme. Okay, wir vertrauen ihr. Titantöter, überlebe die Manifestation von Thanos. Hey, wir sind nicht da. Mantis, ich glaube, wir haben etwas gemacht, aber ich sehe nicht Drax. Mantis? Dein Soothsayer hält hier keinen Druck. Wir sind Verzweißer auf der verletzten Land. Ich glaube, das bedeutet, dass wir in dem richtigen Ort sind. Gut, äh, ja. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass es hiermit... Einmal, dass Rocket seine Angst überwunden hat, das scheint ein integraler Plotfunk zu sein. Das heißt, Rocket wird seine Fähigkeit immer bekommen. Da müssen wir nichts für tun. Und, ja, das ist... Dann ist es das System ein bisschen seltsam. Oh, das dürfte die originale Chemie sein. Oh, das ist das. Gut, die beiden machen einen Wettrennen und wir versuchen einfach mal mitzuhalten. Kein Problem. Warte mal, du kannst einfach hinten bleiben, wenn du möchtest, Adam. Du hattest? Oh Gott! Erschreck mich doch nicht. Das hat mich erschrocken. So, äh, apropos Foulshut. Und ich möchte nicht schon wieder eine Folge haben, in der ich überziehe. Deswegen machen wir hier mal lieber den Cut, bevor die nächste Videosequenz beginnt. Also, ja, ich finde das hier recht interessant, dass mit Thanos... Ich weiß nicht, ob man das irgendwie verlieren könnte. Es gab einen Erfolg dafür, dass man Thanos dort überlebt hat. Aber, ja, eventuell verliert man, wenn man stirbt, während man sich wehrt. Das ist doch erst möglich. Okay, also, ich hoffe es hat gefallen, wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dahin, lebt wohl hinter das Kommentar und Adios! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.